Ja, von der Gamescom. Ähm... Stimmt, da war ich im Hintergrund. Aber nur Augen für sich. Und zurück bei Minecraft Drifter. Es hat so ne kleine Pause gehabt bei uns. Aber herzlich willkommen zurück, Kunde und Nephias. Hallo. Hallihallo. Weil ich, äh... noch nicht fertig war. Ich wollte irgendwas vorbereiten in der Folge, aber... Die Deutsche Bahn hat mich wieder gehindert, irgendwas vorzubereiten. Moment. Da müsste ich eine Stunde lang auf mich warten, dann seid ihr noch nicht fertig. Witzig, weil's wahr ist. So. Äh... Dafür hasse ich Kunde dran jetzt leider. Oh... Tust du nicht. Sagst du, tust du nicht? Hab ich gesagt, ja. Alter, warum guckt das Schwein so grimmig? Ja. Weil's dich gesehen hat. Der ganze Server ist böse auf dich. Alle hassen dich, Kunde dran. Alle hassen dich. Ganz besonders ich. Ja, nichts gegen dich. Aber du bist scheiße. Heute spielt Gorobei wieder böser Cop. Böser Cop. Böser Zeit-Nazi heute. Au, au, au. Strikte 15-Minuten-Folgen heute. Aber sowas von. Ich soll viele Nacht wieder los. Was? Okay, 10-Minuten-Folgen heute nur. Was hab ich heute gesagt, dass ich... Nur bis viertel Nacht habe. Ja, weiß ich doch. Hab ich doch gesehen vorhin. Splint, oder was? Ja, du hast Twitter ja nicht gesehen. Mining Level Obsidian. Haha. Haha. Sensus und Ignisus. Sensus. Müsste ich ja... Habe ich... Habe ich per Podio. Äh... Vier. Reicht das? Brauch acht. Verdammt. Aber ich will doch nur... Ich will doch nur spielen. Oh, oh. Ich tu doch nichts. Oh, oh. Ich will doch nur spielen. Ne, viel. Ich hab ein Kommentar bekommen, als wir dein Haus gesprengt haben. Naja. Was Besseres konnte Goros Haus nicht passieren. Okay. Warum diese Aggressivität der Leute? Weiß ich nicht. Und, äh, dass Wichteln über Steam auch eine gute Idee ist. Ist an sich echt keine schlechte Idee, aber, äh... Ob man den Gegenüber damit glücklich macht, ist die andere Sache. Wirst du nicht glücklich verspielen, Nefi? Ne. Ne. Also... So... Unbekannt ist... Spiele, die vielleicht zwei Euro kosten, sind ganz oft nicht unbedingt empfehlenswert. Das weißt du doch nicht. Wie war das? Der Black Friday... Ähm... Simulator? Was? Stimmt, der war gut. Hatte Peter ein Video dazu gemacht. Okay. Peter? Wieder Pizit-Werbung, ey. Irgendwann schreib ich die Echte an, Alter. Ich dachte, Debutor. Ne, ich weiß ja, dass Kondran Debutor nicht schaut. Kondran? Kondran. Dann hab ich wieder Goro und Kondran gemischt. So... Kondran. Ähm... Kondran. Mag einer von euch einen Eimer in die Pouch legen? Mit was gefüllt? Mit... Ja... Darf ich vorher reinkotzen? Darfst vorher reinkotzen, ja. Willst du mehrere haben? Optional jedoch Wasser. Wasser? Ah, hab ich jetzt grad nichts zu haben. Kondran hat schon gemacht. Ne, eigentlich nicht. Ich hab den reingelegt. Danke, Kondran. Fand dich auch immer netter als Nefi. Oh, was? Nächster Engineer ist Kondran und Goro. Was? Ich fühl mich verraten. Nein. Aber hab ich so eine schöne Kermit-Animation gemacht. Das war... Ich hab den Sondergeladen. Ich nehm das als Beste. Kommt in meinen neuen Kanal-Trailer. Hahahaha. 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 Ich fand das ne gute Idee. Ja, war's auch. Keine Frage. Vor allem mit den wackelnden Minecraft-Skins einfach nur so voll billig. Ja, war echt billig, aber geil. Hahahaha. Hahahaha. Ich musste, als ich das gemacht hab, voll lachen. Ich musste mich voll zusammenreißen. Weil ich hab mir das mehrmals angeguckt, ob das Wackeln so ein bisschen stimmt. Und ich immer... Hahahaha. 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 Your stomach suddenly gurgles very strangely. Ich hab das meiner Freundin... Ich hab das meiner Freundin gezeigt, die so... Okay. Hahahaha. Hat sie nicht gelacht? Ne, die war völlig verstört irgendwie. Hahahaha. 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 Ich fand... Ich fand die beste Animation war... Ich will nicht alleine sein, wie du kurz hochkommst. Hahahaha. 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 Ach ja... Mein Hammer repariert sich nicht richtig. Oh nein. Du musst in die Sonne halten, komm dran. In die Sonne? Ja, genau. Du musst... Sageslicht sehen. War ich eben, aber... Anscheinend ja nicht! Hahahaha. Also ehrlich... Manchmal glaub ich echt, du... Spielst das erste Mal Minecraft. Hahahaha. 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 Sonne. Verscheine diesen Hammer. Hier, ich werfen ihn auf den Boden. Da. Bescheine ihn. Bescheine ihn. Das hört sich ja pervers an. Kann man eigentlich nachgucken, wie viel Haltbarkeit der hat? Äh... Doch da. Flurability. 574 von 2900... Das dauert ja gar nicht lang. Der muss... Ja, eben. Du hast hier auch nur Repair 1 drauf. Du kannst den, aber ist der aus Eisen? Einfach mit Eisenbarren reparieren dem Table. Gute Idee. Muss ich noch ein bisschen weiter leveln. Haben wir hier noch ein Eisenbarren? Nein. Gerade keinen Eisenbarren. Ich hab auf meiner Spitzhacke zum Glück noch ein Level gekriegt und konnte mir jetzt DIA draufmachen. Nice! Nice Digga! Nice! Aber Kermit! Aber ne, viel! Oh, wo kommt das? War das eigentlich verstörend, als du dann plötzlich mit Kermit Kopf hochgekommen bist? Nee, fand ich geil. Ich steh ja auf sowas, ne? Das ist ja genau mein Geschmack. Ich hatte auch Spaß beim Bearbeiten. Wenn ich dafür Zeit hätte, weißt du? Und die Geduld... Weißt du, ich hab in der Folge ja nix geleistet. Ich hab eure Folgen genommen, dann dachte ich, komm, dann machst du wenigstens aus der Stelle was lustiges, ey. Ist das auch ins Pre-Intro gekommen? Nee. Das würdet ihr alles vorwegnehmen, das wär ja langweilig. Muss ja überraschend kommen und nicht direkt am Anfang. Oh, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Geht nicht gar nichts an. Bum, 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 bum. Bum, 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 Welt geht unter. Inception. Wie macht Inception? Wie macht Inception? Wie macht Inception? Wie macht Inception? Ja, wie macht sie? Hatte ich eigentlich in der letzten Folge mal angesprochen, dass ich mir das Best of von Nephi angeguckt hab. Das Best of? War sehr amüsant, ja. Amüsant sagt er. Ja, war sehr amüsant. War großartig. Ist amüsant jetzt. Nein. Ich fand, ich war oft dabei. Wie kommt das nur? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin Nephias. Ich bin Nephias. Das war auch drin. Ja, von der Gamescom. Ähm. Stimmt, da war ich im Hintergrund. Aber nur Augen für sich. Divi war auch im Hintergrund. Boom. Aber nur ihr Hintern. Reicht. Das hast du gesagt. Sie guckt die Folgen nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Kommt ins Pre-Intro. Äh, Nephi? Kannst du die Tasche irgendwann lernen. Kuhn dran. Aber Kuhn dran. Ab und Hilfe. Ich hab selber volle Taschen. Das kannst du doch nicht von mir verlangen, warte. Du kannst es danach da auch wieder reinpacken. Ich will dir ein paar Lava Eimer für die Schmiede geben. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Mmmmm. Mmmmm. Fantastic. Mr. Fantastic. Mr. Fantastic. Warte, ich, ich brauche, warte. Äh. Muss ich hier für Kundra und alle in meine ganze Ordnung durchtun. Du willst doch nicht traurig sein. So. Und so einfach dann. Ich weiß gar nicht, wieviel da reinpasst. Alles. Was ist jetzt einmal drin, oder? What? Okay. Ich hab einen Stack Eimer mitgenommen. Ja, ich seh's. Was hat er gemacht? Ach, er hat da so einen Stack Lava Eimer. Reinge... Wo? Ich füll die Schmiede mal. Alter. Kuribu! Den scheiß hier wieder. Ich kann auch noch mehr holen. Kannst du Eisen mal nach ganz unten machen? Eiren? Äh. Da. Ist ganz unten. Ne, warte. Jetzt nicht mehr. Ah! Jetzt ist es wieder ganz unten. So. Du bist doof, Nifjaf. Brauchst du Eisen? Mhm. Mhm. Hier, guck mal. Jetzt liegt hier in der Kiste liegen jetzt die Lava Eimer drin, die Kunda mitgebracht hat. Wir haben erstmal ein bisschen Lava für die Schmiede. So. Wow. Ja, die stacken nicht, das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist echt toll. Kann man die in Barrels stacken? Da geht's bestimmt, ne? Kannst du da nicht auch noch Stacks reinmachen? Ähm. Einen Tank könnte man machen. Genau. Äh, ne. Im Barrel ist ja, im Barrel umgeht ja die 64 Stack Grants. Aber... Ist das mit Grants zu tun? Nix eigentlich. Aber? Ne, ich war mir grad einschlüssig, ob das wirklich so ist. Ja, muss er ja. Geht dich gar nix an? Kuribu! Oh, hier haben wir auch noch Iron. Und Iron. Und Jade. Klatsch ich alles rein. Steine wegwerfen, das ist gut. So. Oh, haben wir echt nur noch so viel? Warte mal. Das ist schon ganz schön viel. Molten Iron. Ja, Iron ist viel. Obwohl das so wenig in der Schmiede aussieht. Ja, aber das sieht so wenig aus, weil es viel ist wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Schmiede so hoch ist. Wie hoch sind die Schmiede? Selbst die Schmiede ist bald vor. Hier ist ein Clown. Irgendwo. Leute, was machen wir, wenn die Schmiede voll ist? Ja, höher bauen. Höher bauen. Höher bauen. Höher bauen, mhm, 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 mhm. Tack. So. Dann machen wir jetzt noch eine... Tack. Ist noch da? Ist auch irgendwo noch Darth Vader. Ja, genau der. Darth Vader oder... Darth. Darth Vader, Darth. Darth Vader, Darth. Darth Vader, Darth. Nein, Darth Vader, Darth nicht. Oh. Darth Vader, Darth nicht. Oh. Das ist der Clown. Da ist noch irgendein Clown. Der Clown ist Darth Vader oder was hast du? Ja, der Clown ist Darth Vader. Krass. Nefi, nimmst du eigentlich auf jetzt oder müssen wir wieder... Jetzt wurde es das? Ja, ich nehme wieder falsche Einstellung. Ja. Nein. Nein. Der Lotto-Mann läuft hier und schläft bei mir im Haus. Nein. Das ist ein bisschen dreist, oder? Ja. Aber er will nur Gold-Coins. Aber ich kann ihn schieben. Ich habe ein paar. Ich kann ihn schieben. Wenn dich da recht. Wie viele Gold-Coins will er denn? Oh, er braucht 5 Silver-Coins, dann haben wir eine Gem-Bag. Oder 5 Gold-Coins, dann kriegen wir Magic Repair-Dust. Moment, Moment, Moment. Oder für 25 Coins geben wir Magic Repair-Dust 15. Oder für 7 bekommen wir eine Shiny-Box. Hey, ich hatte nochmal... Die Kundran hatte Gold-Coins. Ich hatte Silver-Coins. Aber du hattest, glaube ich, nur 4 oder so. Ne. 20 oder so, glaube ich. Egal, wollen wir mal nicht ausgeben für so unnützen Kram. Das ist der Lottoman! Das ist der Lottoman! Entropie und Order. Ich hätte gerne 1 Level noch auf dem Hammer eigentlich. Aber Mama, das ist der Lottoman! Verarschen kann ich selbst nicht viel. Verarsch dich doch nicht! Doch! Kundran verarscht er mich. Würde Nefi nie tun. Eben! Nie! Wenn Kundran das sagt. Äh, Herba, Meto, Terra... Hab ich Meto? Wenn ihr Level habt, könnt ihr bei mir in die obere Etage gehen. Oh, hast du da jetzt den Tankling geknallt? So eine Toilette. Ist da die Toilette. Da ist die Toilette. Die führt genau in dein Haus, Kundran. Die Toilette. Oh. Bei Meto, wow! In deine Dusche. In meine Dusche. Denn Kundran schläft in seiner Dusche. Sollen wir nicht mal wieder eine neue Welt erforschen? Wollen wir nicht mal die Folge beenden? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!